Ne, da ist ne Kiste. Okay? Ich hab sogar jetzt von... Vom Hune Angst! Unfassbar! Hey Leute! Was geht? Kann man hier mal spielen? Willkommen zu einem neuen Minecraft Video! Aber irgendwie habe ich nicht so viel Lust darauf. Es ist mitten in der Nacht bei Minecraft und wir sind hier im Wald und wir werden heute einen ziemlichen Creepy Mod ausprobieren. Eine Creepypasta Mod ist das. Und ja, da gibt es Monster, die es sonst bei Minecraft nicht gibt. Und die ein bisschen stärker sind. Und die wollen wir heute mal gegen... Die wollen wir heute mal kämpfen oder auch überleben. Aber irgendwie habe ich hier nichts zum Überleben. Oh! Ne, da ist ne Kiste. Okay? Ich hab sogar jetzt von... Vom Hune Angst! Unfassbar! Okay, mal gucken, was in der Kiste ist. Spawn PewDiePie? Okay. Spawn Cry... Okay. Creepypasta... Oh ne, Jeff the Killer. Zweimal Idis, Jake, Smile, Mothman, Squidward. Zumindest können wir hier ein bisschen was mitnehmen. Ach... Wir können uns auf jeden Fall ausrüsten. Das ist schon mal gut. So, wir nehmen das am besten hier hin. Das am besten da hin. So, also... Äh... Gucken wir jetzt mal, was geht. Also, wenn wir jetzt PewDiePie hier spawnen. Das ist ja... Das ist ja... Das ist an der Stimme unfassbar. Okay. Cryotic? Wer ist das? Ach, ich glaube das ist der Kollege von dem. Ja. Die hauen aber irgendwie hier ab. Okay, da vertraut uns einer nicht. Was ist das denn? Äh... Sollen wir den angreifen? Passiert da was? Boah... Was ist das? So ne Art Fledermaus. Hop, 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 hop... Na, oh, fuck! Hahaha... Unfassbar. Okay. Was ist das? Ah! Weg! Warum greifst du mich denn an? Hütchen! Oh Gott. Mir wird schwindelig. Also, irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl, den anzugreifen, aber es musste sein. Wer ist das? Och ne, komm schon! Weg mit dir! Nein, ich brenne! Das kann doch nicht sein. Weg mit dir! Oh Mann, oh Mann! Also hier zu überleben ist echt ein bisschen schwierig, Leute. Aber ich hab das Gefühl... Ah! Das sind meine Sachen. Weg, 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 weg! Weg! Für meine Sachen zurück. Aber guck mal, er greift uns auch gar nicht so an. Ich muss es jetzt nicht. Okay, was haben wir denn noch? Ah! Weg, 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 weg! Weg ihn nicht! Ich kenn den nicht woher. Wo ist der? Wo ist der Himmel? Da! Weg! Du hast keine Chance gegen mich. Yes! Ich habe es sogar geschafft. Den haben wir hier. Oh hey, grüß dich! Alles klar? Das ist Tadeus von Spongebob. Grüß dich! Warum guckst du mich so an? Okay. Und hier nochmal Jeff. Da. Also man kann sich auf jeden Fall gegen die wehren. Das steht schon mal fest. Aber ist ein bisschen gefährlich. PewDiePie und Cryotic sind schon abgehauen. Anscheinend. Oh Gott, da kommen schon die nächsten. Ja, ich zeig euch jetzt mal nochmal den Mod. Also wenn wir hier in Game Mod 1 reingehen. So, dann haben wir hier. Zum Beispiel PewDiePie und auch Cryotic. Bottle of M18. Was ist das denn? Vielleicht so was anderes. Wollte ich schon sagen. So, und dann haben wir hier noch. Weiteres. Es gibt auch ein PC. Jeffs Knife. 15. Das nehmen wir vielleicht mal gerade. Oder hier Hit of Blacksmith. Dann gibt es auch eine Pampers. Das ist irgendein Bild. Jane Dekel hatten wir noch nicht. Eilis Check. Ja, The Rake. Vielleicht mal weg. Seed Eater. Okay. Mothman hatten wir auch. Und Squidward. Und bei... Strider? Ich weiß es nicht. Also bei Thaddeus ist es eigentlich so, dass er irgendwann dann weg ist. Oder zu einem Skelett wird, glaube ich. So, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen hier weiter. Geh mal da hinten hin. Ein bisschen mehr Überblick. So. Wir gehen mal wieder zurück in den Game Mode. Null. So. Wer war das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum ist es so dunkel? Lass mich bloß nur... Waaah! Okay. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein komischer Monster. Wer ist das? Oder ist das Jane? Lass mich bitte in Ruhe, Jane. Ich lass dich auch in Ruhe. Guck mal, die macht ja gar nichts. Außer, dass es irgendwie dunkel wird. Wer ist das? Oh Gott. Oh Gott. Lass mich! Lass mich doch! Okay. Also der hat mich ziemlich schnell getötet. Also das ging mal richtig schnell. Das war doch unsere Insel, oder? Also echt irgendwie creepy... Also hier sind noch mal meine Sachen. Und hier ist auch noch mal was. Also, wie gesagt, wir können hier mal ausrüsten. Wen haben wir denn noch hier? Das Strider hat er glaube ich noch nicht. Ach doch, hatten wir. Mothman hatten wir auch schon. Das war der hier. Seed Eater. Haben wir den schon? Der hier. Aber ich muss schon sagen, äh... Jeff hier ist der Schlimmste von allen. Wie der schon aussieht. Naja, Leute. Also dem möchte ich... Dem möchte ich hier im Überlebensmodus irgendwie nicht begegnen. Ich glaube, da hätten wir relativ wenig Chance, wenn wir jetzt kein... Oh Gott. Hit auf den Blacksmith. Ist ja gut. Achso, wenn wir das hier nehmen, glaube ich, ist es. Aha. Und dann haben wir hier Jeff's Knife auch. Wir können ja noch mal versuchen, jetzt gegen die hier zu kämpfen. So. Als letztes im Creepypasta-Mod. Oder Creepypasta. Oh Jeff, komm schon. Lass mich doch! Oh, das war ein... Seine Waffe ist ziemlich stark. Was ist denn mit dem Seed Eater hier? Greift er uns an? Eigentlich nicht. Ich... Ich wollte schon sagen, war das... Qualität hier irgendwo... Ach komm, verschwindet doch! Was für Tag. Jetzt greift er uns auch an. Ich glaube, wenn wir hier irgendwelche... Okay. Der hier irgendwie nicht. Also ein paar sind gefährlich. Paar sind nicht so gefährlich. PewDiePie und Cryotic sowieso nicht. Die hauen irgendwie ab. Aber die spielen ja oft so welche Spiele. Na, also wo es gerade horrormäßig ist. Also diese Horror-überlebens... diese Horror-Kreaturen sind irgendwie nichts für mich. Also Creepypasta-Mod, Leute. Für euch, was sagt ihr zu diesem Mod? Gerne könnt ihr diesen Mod auch selber mal spielen. Findet ihr unten in der Infobox, in der Videobeschreibung. Wie immer. Ist ein Mod für 1.7.C. Okay. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr... Ist halt halt was anderes. Der PewDiePie und Cryotic laufen hier irgendwo noch in der Welt rum. Vielleicht werdet ihr den irgendwo noch mal begegnen. Und sonst haben wir hier halt zum Beispiel Jeff the Killer. Den wir jetzt erwischt haben. Oder hier sowas. The Mothman. Oder The Seed Eater. Oder hier sowas sieht aus wie der Enderman schon fast. Er versucht uns anzubereiten. Und die haben alle keine Chance. Leute, was sagt ihr zu diesem Mod? Schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt. Daumen nach oben würde ich gerne probieren. Lass dir ein Abo da. Und dann sehen wir uns vielleicht schon beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Das war's schon.